Josef Story Boimmer Boomb Boom 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 I want you in my room Hallo канал Leute Alter was kannst du eigentlich alles für Lieder? Das ist es aber And Spend an iz בר Ah Juri was hatten sie über dieclipas gesagt? Was ist im Maul? Belast sier Lass die Golems zerstören los. Ja, aber sowas doch mal. Weißt doch nicht, was es gehen soll, ne? Wenn du hier exit-tutet wirst, ja, dann zeigt das, dass wir es werden quasi verlieren. Oh, eigentlich musst du bei Darius übrigens aufpassen, dass wir die Blutung nicht klauen. Sag dich ja. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Doch, da waren drei Blutungen drauf. Nein, ich hab hier keine gesehen. Legit keine. Okay, aber ich hab drei gesehen. Und du hast ihn echt stehlen lassen, so. Hä, was war das denn für ein behinderter Scheiß? Nice. Und wir wissen, was wir jetzt machen sollen. Wir hätten einfach Double-Jungle sollen. Hä, aber ich bin Name-Bully gegen den Pantheon. Ja, kenn ich. Ja, wir sind ja auch LCS. Das letzte Mal, als ich mit dir Double-Jungle musste, hast du Miss Fortune-Jungle gespielt. Ja, gut, das wäre doch mal eine Verbesserung. Das wäre schon mal eine Verbesserung, ne? Wo du recht hast, hast du recht. Ich dominiere die Lane leicht. Jo, ich verpasste die Situation. Jo. Jo, ich hab ein Problem, weil mein Kier jetzt ein bisschen behindert ist. Okay, ich bin so geil. Ich geh jetzt back, weil ich vertrau grad... Ich hab grad drei Tower-Shots getankt, weil ich so schlecht bin wie nem Gott. Nee, haben wir jetzt gesetzt? Ja, du wirst gesetzt, wie du bist? Was? Really? Mann. Tower-Dived. Zweimal Tower-Dived. Zwischendurch muss ich ja mal back, weil ich ja mal inkompetent Tower-Dived habe. Alter, nur weil ich grad getrunken hab, muss ich jetzt flashen. Ja? Ja, Max, man trinkt doch nicht schlecht. Alter, eigentlich muss ich nicht gut. Ich stand unter dem Enemy Tower, ja? Da kann man doch mal safe trinken. Ist immer so lustig. Oh, nochmal. Ich werd halt grad gegankt, so, legit. Leute, hast ja die komplette Bombe auf den... Auf dem Ende, ich hab ihn noch durchgebrochen. Und, komm, holst du das? Oh, ich hab grad mal in der Augenland ausgelegt. Und jetzt wissen wir tatsächlich hier. Ja. Ja, Leute, ich bin nach dem Weg. Ich hab die Räume in meinem App. Doch, einer von euch. Ja. Machen wir seit 5 Uhr Zeit. Elise, Elise, Elise! Ja, geht halt, halt, halt. Alter. Wieso können nachkommen, aber das reicht nicht? Juri, hast du nicht wieder eine Wehr? Ja, ich bin ja schon hinterher. Nee. Achso. Enrico, du kriegst ihn rüber. Und jetzt wirst du tatsächlich hier. Nein. Falls gar nicht jemand als Safety in 6 von dir nehmen. Denk, 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 denk. Ah, komm, Alter. Ja, halt kein Tank, so ne? So, 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 so. So, 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 so. Oh, Alter, was the power base? Alter, der, der, der vierte, vierte Surinner. Nee, der Surinner. Shit, 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 shit. Ich denke, ich finde es so gut. Max, Achtung, Max, Max, ich habe noch mal was. Ich habe gestorben bin. Ich habe gestorben bin, ich habe gestorben bin. Ich habe gestorben bin, ich habe gestorben. Ähm. Ich wollte es nochmal anmerken. Okay, ungünstig gelaufen. Ah, okay, das ist ein bisschen viel damage. Achtung, er ist hier. Er traut sich nicht. Good job. Good job, guys. Wir haben zwei Tower dafür bekommen, auf Wad. Ja, von mir aus. Schön. Ja, weil wir das V4 eigentlich gewinnen können. Ja, genau. Wir haben sofort gegen Drangler betauscht. Das ist nicht so, wie ich habe. Du siehst doch, wie es funktioniert. Ja, aber es hätte genau so entschieden können. Hier, Drang, nicht weggehen. Nicht weggehen. Alles klar. Alles klar. Ich habe auch ein bisschen Geld. Ich habe gehört, Ziggy Six kann selbst spielen. That's your job now. Ich defend an den Ziggy Six gleich. Ja, und ich übergebe dann an dich. Dann mache ich den Job, ja. Ich setze den Pink hier, ja. Danach lasse ich jedem den Job übergeben. Hier ist mein Gott, wie Ari durchgespuscht. Das ist mit mir, greift ja ein Exemplar an. Ich kenn. Okay, dann baue lieber Gimus und gehe dann noch auf Deathersplay. Und das nennts Neckle. Alter, Matsch. Jo. Habt ihr euch auch so. Lol. Ich hätte jetzt was bei den Leuten aus. Hier sind wir im Exemplar von Ari eingerissen. Solo. Hey, war doch lustiger Fa... Ich habe Blu-Puff, ich habe Blu-Puff. Voll nicht. Mach ich auch. Das habe ich getan. Aber in 7 Sekunden wieder old. 5. Oh, ho. Ich hab die. Die, 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 die. Leute, ich war das kein Die. Wir haben so viel für den Dauern. Das ist ein stumpfer Champ. Ich glaube, wir pushen auch ein bisschen, bevor wir drei quotieren. Warum sollten wir jetzt nicht die? Nein, ich meine nicht. Ich weiß, ich kann nicht die, die, die. Warum tankt denn der andere? Nice. Hey, kann ein Tchipi sein. Ich bin auf 20 Prozent von Ari eingerissen mit Playlern. Und sagen glaube ich, dass sie facken will. Janos, wann bist du live? Alter, ist das nervig, man. Was? Wann bist du live? Ja, die Hucke unten, Alter, ist so nervig. Hallo, Janos, wann bist du live? Was hören sie denn? Janos? Nein, nein, nein. Hallo, ich glaube, du bist ein Dranken. Ja, sag doch einfach ja. Boa, was hören sie denn? Bruder, jetzt. Ich bin's schon. Oh, 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 oh. War bekannt? Warte mal. Ja, das ist die zum... Oh, 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 oh. Nene, 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 nene. Oh, 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 oh. Boom, boom, boom. Nee, warte, das war was heute. Boom, 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 I want you in my room and spend all night together. Alter, was kannst du eigentlich alles für Lieder? Doch, das ist es, das ist es. Warte. Wo war ich den? Ja, was ist das scheißig, ja? Boom, 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 I want you in my room and spend the night together from now and to forever. Boom, boom, boom. Ja, ich darf ein bisschen offen sehen für euch, auf der Stage. Irelia. Jacks, kann man jemanden... Alter, Juri. Good job. Wend, 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 wend. Meine Ultras hat ihn wieder Rangeticken. Einige Folge, wie ich ihn weckicken von euch. Nein! Irelia, Irelia. Oh, was ist das? Bitte? Oh, ich hasse diesen Typen. Ja. Nächstes Mal bitte nicht die Irelia an den Six kick. Danke. Ja, sorry, Allah. Komm, ich hab sie nicht raus. Hier ein Message für den Alistablier. Hier, Alistablier, please don't think, diese Irelia is. Hätte er einen schon mal meinen. No way. Ich kann nur verstanden, was nicht gut ist. Oh, Janus, das wäre so lustig. Okay, schönes Game. So, viel Besuch. Die sind alle ziemlich schnell vorbei heute. Ja. Jake, wie ich bin scheinen. Jochen Weg. Je untersteigt meine Ich selbst. Wir werden auch noch mal gucken. Noch mal klar.